weiter geht es mit meintrafft im aufnahmestopp kurz jannis hat so meine Mutter wollte mir irgendwas sagen jannis hat zugeschrieben und was denn das ist lass mich ich habe ein eigenes Leben ich gehe Bäume töten ich gebe ja es wollte ich auch gleich gerade machen also welche jungen Toten aber umbringen ich freue mich selber ich habe jetzt 46 Jahre Geistrechte wir müssen auch noch die Decke machen auch scheiße Mengen die große so voll am Arsch eine Frage ist gut also nicht an meinem da es war nur am Arsch also nicht an meinem Arsch von Arma Anjana Sachs ich stelle gerade so vor das Mikro an den Arschelst und so schön blieb hier ist grüne Scheiße grüne Scheiße ich glaub's ja auch er ist heute gerade zu sagen so die Logik ist nicht so sein Spezialgebiet oder mehr nicht wirklich alter BAK 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 mit Sicherheit ja egal dass ich mich richtig auf ich spiele mit 195 FPS ganz normal aber das packt richtig rum ja das war letztens auch auf dem Server ich spiele mit 125 FPS die ganze Zeit und dann BOOM yeah mein Schrift ist abgeschmiert jede zwei Sekunden Unterbrechung voll Epic ist das ich mache halbe Stunde noch ja anders dann habe ich ein komisches Termin Kackwurst Arsch ja okay ähm ich gehe mal runter in die Mine ohne PX ich gehe mal wieder nach oben guck mal ob da wie gesagt die Scheiße liegt die ich da die Form aufnahmestock gesagt hat er aufnahme gesagt habe Nö da liegt keine Scheiße mehr BOK wir sind gerade gar nicht müde Nö ich nicht ich hab noch ein bisschen wie spät ist es eigentlich Prozent nach fünf hier ist ein Bogen brauchst du vielleicht gar nicht aber egal ich hab schon ich hab noch einen Bogen BOK ich mach mal ein bisschen und wenn ich mach mal die Decke ich aus richtigen Holz na sieben bisschen geiler oder noch Prozent aber ich hab hier noch und die Städte können ein bisschen über olympische Spiele labern so ein paar die sind so langweilig wie noch nie äh denn hier wurden Kleins da danke die Decke ist voll hoch so hoch und das nie 5 hoch ist die glaube ich na das war eine Idee glaube ich ja ich weiß meine ich hatte ich weiß gar nicht wir haben wirklich angefangen ich bin ich glaube wir haben einfach jeden Neuwand vorgezimmert damit da keine Monster einkommen das ist stimmt und dann verkehrt sich ganz klar und der Geräusch für so müde er haben das baum und mit uns dort aus für die Wicht langweilig und so und für die Schulter wie ich hab gestern zehn Stunden die an die Welt schon zockt mit Olli und Vincent Pogtsch Prozent und dann hat Max noch bei mir gepennt und die ganze Testgezockte ich das ist ja nicht übertrieben ja muss man nein gar nicht nur bis zwei aber trotzdem nicht übertrieben Mühlen halt davon sind wir eigentlich direkt an der Oberfläche Gebäude schädlich nicht einst da war doch die Höhle werden die Höhle zugemacht das doch Prozent neues Haus anfangen da können wir irgendwann machen das ist ja nicht wir werden jetzt da ich will nur kurz die Decke wächst fertig haben helfen wir mal an die geschnall am Haus ich gehe schon mal ich gehe schon am Traum Gott ja mein Ding dann macht das halt am besten bei der Spalte irgendwo oder am Bauern ach nee das ist ja unser Bauernhaus eigentlich nicht ey Gott ich gucke hier in mein Zimmer rein ich mag das voll mit dem Glas hier ach nee ach Minecraft Musik mal wieder im Hintergrund Alter ich mag die nicht Minecraft Musik? ja ich mag die irgendwie voll habe ich schon mal gesagt dass sie voll viele mutierte Gammelbäume sind ja schon tausendmal ne ich glaube das hast du schon ein paar mal gesagt wieso weiß ich nicht ich muss das in jeder Folge sagen ich habe einen Weibervertrag ähm Weibervertrag ich habe einen Vertrag ich muss jede Folge sagen äh Titten ne das nicht keine Ahnung ach schade äh Megan Fox ja ok das schon ja da habe ich auch einen Weibervertrag ähm so oh Gott Aufnahmestopp so jetzt geht es endlich mal weiter mit Minecraft hoffentlich jetzt Unterbrechungsfrei nach 2 Millionen Jahren Pause Aura Creeper Tod Aura so ja und jetzt hoffe ich mal geht das wenigstens mal eine halbe Stunde gut weil 17 Minuten gehen gut dann 4 Minuten Part und ja aber ich habe ja ein schönes Programm mit dem ich die Folgen zusammenschneiden kann ich wette mal wieder mal zufällig auch in der vielleicht schaff ich an der Welt 25 ich bin jetzt der Bein 10 so um kommt so aus und feiert es ging und steuern muss ja ich bin hier direkt neben der Seite irgendwo kann man ich will man den Kripp abschießen doch einmal verfehlt und dann einmal kam der Zombie leck mich doch so zack 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 vielleicht wird jedoch mein Weg so auch keine Ahnung gleich wie ich habe mit 20 ich habe flippte so mache ich das eigentlich auch dass das denn 20 stelle zahm wie ach ja das ist ja das ist ein Kripper den kenne ich mal damit da ist auch nicht auch in ihrer bei mir backt das gerade richtig ich habe vorliegen zweimal mit oder dreimal im Fall geschossen zweimal verfehlt einmal ein falschen getroffen na egal Pfeil kriecher wieder genau Pfeil kriecher wieder da war doch egal hast du heute jetzt in der aufs Gumpfase gefahren oder so äh ja ich hab 46 hier ja nun mal so nicht sonderlich viel aber reicht doch erst mal erst mal wollte ich eh die Decke machen aber weil ich jetzt gesehen ob das Nacht ist und wahrscheinlich gleich der Tag wollte ich einfach verhalten ja auch Level 20 und die Level 25 wird schwer 22 ist aber glaub ich machbar jetzt schnall ich den Kripp auf ich bin voll Oho Kripp war neben mir und Kripp war hab ich abgeknallt das war mal voll geplant Alter hier ist eine Kette zu den Steinfelsen da schon Warte ich muss mal kurz Kripp abknallen und danach höchst er wird ja was ist denn komm mal her ja ich muss noch kurz die XP Provinz hier ja jetzt bin ich da wo bist du hier Bock tätig um hier hinter den Kakteen aber ja ich sehe dich ich hab noch ein Brot das ist ja nicht wirklich sonderlich viel und du okay komm Katze den Felsen nach vorne der Boktor ja weil man es ist das ist auch so logisch hier links ist so Schnee und hier wir sind so ne Wüste ja und da ist noch so und da ist ein Steinwüste ne meintest du die das ist Kohle ne Menge aber ich feite lieber was machst du denn da egal ich feite so Alter meine W-Taste ist voll im Arsch das ist aber Multiplayer meintest du ne das war ja auch gesagt weil bei anderen Spielen funktioniert die fail vielleicht ist meine Tastatur zu tun neulich wird hast du wenn das geht was weiß ich ob man sich einzelne Tasten jetzt kommt ich reklamiere einfach die Tastatur wenn das geht so noch zu tun Mann mein letztes Brot ist weg wie schnell ich nach und braucht es regt mich auf wow wow alter kann sein dass der Mikro gerade ziemlich nah dran ist und wieso weil sie eben ziemlich verurscht geklangen geklungen ist geht jetzt wieder besser ja ne eben war das so sehr ruschelt ich kann nicht mit diesem also Honeyball kennst du dieses Abbau Flächenfeld oder dieses Feld womit du siehst wo du hin was machst gerade bei Honeyball das ist ja ein bisschen vierpunktig ich finde das ist leichter wenn das nur so ein X ist einfach wow da ist ein Creeper oh ich bin im Haus das ist eine Spinne das sind zwei Spinnen und zwei Creeper und ich hab nichts mehr zu essen und verpässt mich mal ganz schnell hier mit 40 FPS verpässt ich mich das ist ja mal voll geiler Zusammenhang ich hab 160 da auch die Dünne soll ich auch voll so ja sonst wird so nur 50 haben das ist so an und mal wie die Aufnahmprogramme die FPS rauben das muss immer mal erfinden Aufnahmprogramm was kein bisschen FPS raub das wäre ehrlich mal so stark immer wieder ein paar Waffen in die Küste ich verstehe generell auch nicht warum Aufnahmeprogramme FPS rauben fragt Gronkh Vorek was hat kommt mit Aufnahmeprogramm zu tun ich weiß es nicht ich weiß ich schlag die Spinne gerade mit der Hand aber es geht auch so gut wie man sieht und ich habe das was zu essen Prozent Prozent kann zwei Äpfel und vier Euro Port Shop was auch immer das bist du da bist kannst du mir mal etwas abgeben müssen scheißegal Hauptsache oder am besten Äpfel ja ich hab nichts mehr ja da ist noch ein bisschen Glas drin auch so gut habe ich schon mehr als Ziel Prozent ist das was das auch das sind Apfel das sind Apfel das sind Apfel mega German geiles Prozent Janus wo es das Glas kann ich das gleich mal haben ich meine Kiste auch so es sei denn es ist nichts mehr reingepasst auch nicht und Janus wir brauchen echt auch ist noch ein Pfeiler Kula bis 16 Pfeil und ja das sind meine Pfeile die habe ich da eben reingepackt mega episch ich habe auch meinen meine drei Bögen in die Kiste gepackt in die Waffenkiste es bringt das jetzt mit dem Fall können Prozent Nö ich wollte gerade Cola saufen deswegen stehe ich hier auch so dumm im Zimmer keine Schleichwerbung bitte mein Spaß ich habe ja nicht Coca-Cola gesagt es könnte auch Pepsi Cola oder Fritz Cola sein genau oder irgendeine ja billig Cola oder so Pfeil nachher das sind die Woche ich jetzt gerade ganz schnell gemerkt ich kümmere zum das Verlust sich in 1.4 ne gibt's auch Mini-Zombies ich habe so eine preview von Geister Prozent das auch relativ bekannt auf YouTube Engländer die deutsche ich weiß du denkst immer wenn ich Engländer sagt an Doktor Kempis Heffens 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 heißt es so ja ich weiß der Bock ehrlich der ist der englische Kronk sag ich mal einfach so auch hier macht mehr Reviews und Kronk noch mal das Pläne ist also soll wenn er jetzt auch eine Menge treffe ich ihn ich glaube er macht nicht so viel mein Kraft aber er soll die geile Maschinen stimmt schon alter ich treffe diesen verkackten Zombie nicht geht doch jetzt ist er tot das war ein paar in diesem Prozent Sand Generator machen aber ja muss wenn der Ende 1.2 3.2 nicht mehr die Grenzen scheiße Herr war da auch von Bocken dieser Sand Generator nö ich glaube nicht aber doch und hatte glaube ich auch mal ein gemacht für eine andere Minecraft Person man bringt ja nicht wirklich was jetzt ne die ganzen Bugs wenn er raus gefickt am leichtesten weil die immer noch in der 1.7.3 weißt du die da ist noch da habe ich noch gar ich mein Kraft gezockt ja aber vielleicht gesehen aus wie viel Fall habe ich noch zehn Stück ja wir sind wieder mal sehr auch laut heute auf jeden Fall oder sind so wie in den Feld oder in den Gras drin Boks und ich kann ihn nicht schlagen egal wenn er wird die Gert sich dem Schaden wo ich muss die ganze Zeit rülpsen ich esse mal ich komme mal nach Hause und es muss uns jetzt auch in jedoch nicht kurz mit der 23 bin ich gut lass mir die Mähne jetzt ja nicht irgendwie also weißt du ist vielleicht nicht das unterhaltsamste aber naja gehört dazu würde ich mal sagen ich bin dafür dass wir jetzt das Haus bauen das neue ja okay aber ich bin auch dafür dass wir noch ein Schwein fahren damit wir wenigstens mal keine Foodprobleme haben jedenfalls ich du hast ja eh meistens keine ich bin halt ein Pro ja ich weiß ach Essen war doch hier drin ne nein da war Eisen da war Essen ich hole erstmal wieder was ein Eisenbarren jetzt haben wir insgesamt schon 53 Eisen toll ja ich weiß auch hier ist genau hier ist Glas drin das wollte ich mal reinbauen irgendwo aber erstmal wollte ich die Decke machen nein egal glas können wir auch für das neue Haus machen ja das war mal voll unterhaltsam werden muss es ist Herr Krumm weiß was verfehlt war als Skyper die abgekackt hat einmal ne wurde mir nicht angezeigt dass das ähm bei dir stand glaube ich ne ja kann sein ja aber jetzt steht das so es war ein bisschen fail weißt du deswegen hab ich auch noch egal ja genau ich renne mal wieder nach Hause und hol mir einen runter nee ähm ich meinte eigentlich ich hole mir ne Axt Bock ich hab noch einen im Inventar so kannst du auch einfach zu mir kommen halt die Fresse allein Bock Alter ich bin fertig mit dem Dach es bockt ich mag das so ich geh mal wieder Bäume töten ja das kann man doppeldeutig deuten nein bin ich aber doppeldeutig deuten ja ich mit meinem tollen Deutsch heute was war daran bitte doppeldeutig ach ich hab ein bisschen was anderes gedacht du meinst Penisse töten ja natürlich mein Spaß äh wie viel hast du an Wundenplanks im Inventar äh gar nichts ich hab's in die Kiste gepackt ich habe sehr viel ich habe hier sind voll viele mutierte Krüppelbäume lass dich mal abbauen und mit TNT irgendwann weg springen ach ich muss mal auch kurz aufs Dach gehen und was mit Erde ausbissern mit dem 22er Stack 22 alt FPS 16 FPS gerade jetzt wieder 43 jetzt wieder 32 sehr konstant wie man bei mir sieht ich hab ich hab 200 jetzt 160 jetzt 190 also schwankt übelst aber bei diesen ganz hohen FPS Region sag ich mal merkt man das nicht aber wenn man halt nicht den Westen beziert und dann noch aufhören so wie ich Alter ich spiel gerade mit 220 FPS 240 ja und das du merkst auch nicht wenn du nur noch mit 120 spielst du eigentlich ne was heißt nur noch nach Nils Wien ich hab das früher meistens dann nicht mehr gemerkt als mit 70 gespielt haben auch gibt es ist gar nicht gar immer so schlecht ja das ist es ist er für Laptops wäre das voller Rekord irgendwie ich mag Laptops nicht ich auch nicht ich baue mal hier die Bäume im Wasser ab die Kamelbäume viel Spaß ja ich baue hier mal ein bisschen das man von oben nicht um direkt sieht dass da was ist weil sonst hat man die ganze Zeit hier wurden Planks gesehen das haben sie sehr scheiß aus doch Gott das ging schnell wieder zuvor zuvor ja ich glaube ich glaube ja auch Bäume Tötern macht Spaß Bäume Töten macht Spaß du hast Töten gesagt ja verstanden äh habe ich schon erwähnt dass ich gestern Spreng war ja habe ich schon gesagt ja ich bin gut drauf und so ja vielleicht auch ein sehr unterhaltsam ist jetzt aber das was wir zusammen jetzt können das wird locker richtig lustig glaube ich wir haben es zusammen angezogen und dann ja also das ist kennst du LeFloid Le ich kenne generell wenig Games also so nein das ist ein YouTuber auch so allein verwechselt games mit dem YouTuber das ist ja mal voll Pro mäßig ne der Flight bockt ich kenne ihn nicht aber okay er bockt trotzdem ja was für uns vielleicht überhaupt unterhalten könnten wären vielleicht ähm keine Ahnung Mannschaft Spiele 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 YouTuber Spiele YouTuber ein bisschen unnötig wenn ihr 1000 Abonnenten mehrmals 100.000 mal so viel und dann irgendwas scheiße darüber sagt dann ist man voller Marsch ja aber man kann ähm dann gehen die Text machen und dann kriegt man mehr Aufrufe in den Spaß ähm nie kann man endlich machen aber ich mache das nicht dass sie dann sagt sie Helmer und wenn man kommt mit YouTube ein gibt kommt doch er an 5 Milliarden zur Stelle in die Macht der Pies kann vor allem und auch schon voll 5 Milliarden wieder zu planen hat er wenn man ein Kanal bei YouTube 1 bei Google ein gibt kommt als zweites ein Kanal Ehrlich ja auch von Schein wegen den Togeathers oder irgendwie sowas ja ähm so ich wenn man auch an Bäume töten ich auch neuerdings wieder ich hab immerhin schon 37 und noch über drei Stacks normal oder Windplanks 3 3 4 Stacks ich hab jetzt ein Stack normal rot ja so äh hier sind echt diese ganzen mutierten Gammelbäume ein ist ein Stack normal gut sind vier und vier Stacks wurden gelangst ne ja das ist relativ geil aber naja so ich mach einfach meine beiden Äxten und bringe ich äh bringe ich noch um brauche ich noch auf brauche ich noch auf und dann ja ich fahre aber nur normales Holz ne also keine Birken ne ne Birken sehen schon voll scheiß aus naja ok sie sehen scheiß aus das ist voll fail bei mir ne also ich kann ja auch nie das wollte ich nicht sagen weil sonst wissen was wir jetzt lebt zusammen jetzt spielen wollen das wäre nicht so wirklich schlau gewesen um oder jannis Kostolbieter 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 ja Kostolbieter 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 Weizen holen n weil ich hier bin ich ist ein Schwein und ich habe 820 ich habe 28 Weizen dabei ja dann korte ich mal ganz schnell zu mir kurz ich sehe hier gerade eins im Baum hallo kam runter ich habe hier nämlich auch ein Schwein hast du ein Schwein da oder ist es ein Backer ja ich habe ein Schwein ok dann fahr mich weiter bring das mal zu unserem Gehege dann los komm hoch Schwein ja 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 also so wie wir jetzt reden sage ich mal zocken wir auch immer off-screen und jetzt im Letztplan unterhalten wir uns halt manchmal ein bisschen mehr so damit es nicht ganz langsam äh langsam ist langweilig ist so rum ich habe eins und zwei Schweine gut ich ja mach ich ja mach ich ja los fickt los 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 ficken ja jetzt haben wir ein kleines Schwein mit Risiken ja das noch nicht kill ne warte mal ein bisschen Alter sind drei Äpfel ich weiß noch am Anfang wie wir voll den Apfellack hatten Apfellack ey früher waren Äpfel voll selten ja eigentlich sind jetzt immer noch aber naja geht ja ich glaube man kriegt ein Apfel aus 200 Blättern und ein Baum sagen wir mal ein Baum hat so 30 Blätter das heißt sieben Bäume ein Apfel ungefähr oder naja ich bin jetzt gerade hier rumgerannt und hab sagen wir ich hab ja keine Ahnung sieben nee zehn Bäume abgeholzt oder so und hab jetzt äh fünf nee sechs Äpfel ich hab drei und ich hab locker mehr Bäume abgeholzt als du glaub ich jetzt einfach mehr ich hab jetzt äh anderthalb Stacks warte ich bau den Baum noch ab ich hab jetzt ein Stack und 40 ja zusammen haben wir dann wohl um die 16 Stacks normal haben gleich ne lass aber auch noch ein bisschen Normalwood für die Wände lassen weißt du ich mag das wohl gerne wenn so normal äh Rohwood ist an der Wände scheiße da an der Wände scheiße da ich glaub's ja auch äh das hast du gesagt